Willkommen in Moskau, meine Herren. Mein Name ist Valentina. Ich werde Sie in dieser Phase der Operation betreuen. Anhand der Informationen, die Sie gesammelt haben, konnten wir Kazakovs Gruppe als Jastreb-Netzwerk identifizieren und kennen nun Ihr Hauptquartier. Es befindet sich in einem umgebauten Bunker unter dem Roten Platz, direkt vor der Nase des Kremls. Wir haben die Seriennummer des Lenksystems, das Sie gefunden haben, überprüft. Der Nachrichtendienst hat herausgefunden, dass Jastreb den Rest der Ladung an den Iran verkauft hat. Offiziell besteht Ihr Missionsziel darin, in den Jastreb-Komplex einzudringen und die Lenksysteme funktionsunfähig zu machen. Inoffiziell suchen wir auch die Massenvernichtungswaffen. Sie dürfen nicht in falsche Hände geraten. Unsere Quellen haben Sie als vier EMP-Sprengköpfe identifiziert, jeder davon klein genug, um in einen Lieferwagen zu passen. Den Aufbewahrungsort der Sprengköpfe finden Sie in Jastrebs Datennetzwerken. Den Blockhausen zufolge gelangt man nur durch die Außenmauer, die neben diesem alten Service-Schacht verläuft hinein. Sie werden die Mauer aufspringen müssen, um in den Komplex zu kommen. Fragen? Ja. Wo steckt eigentlich Agent Hansen? Agent Hansen wurde aus Sicherheitsgründen abgezogen. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Alles klar. Willkommen zu uns. Jetzt können wir jetzt schon gucken, das ist für ein paar Spiegel-Drei. Für euer... Jeder bin nicht allein. Und jetzt bin ich dann auch wieder da. Mal wieder. Ja. Ich will nicht, wo passt, glaube ich. Oder oben. Das muss die Stelle sein, an der der Tunnel nahe am alten Bunker verläuft. Platzieren wir hier die Ladung. Mal. Na, wir setzen hier mal die Ladung. Was passiert hier? Wir laufen jetzt mal. Sollen wir laufen jetzt mal weg? Geht. 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 Ja. Sieht gut aus. War ernst. War FPS-Dier nicht. Kurz Pause. So, los. Töger wieder. Ja. Wie meint der FPS-Abrück? Bräuchte hier? Nein, sorry. So. So. Heute. Rande. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das Politbüro wäre im Falle eines Atomkriegs mit diesen Triebwagen aus Moskau geflohen. Und es hat keiner gemerkt, dass Kerstakoff direkt unter Moskau sein Clubhaus errichtet. Unter der Stadt gibt es Dutzende von diesen Bunkern Archer. Diese Dutzende nicht weiter. Ah. Oh Scheiße. Okay. Oh Gott, es sind zwei. Wir sind an MOL. Was? 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 Du Scheiße. Geh ich doch mal. Mann. Was? Was? Ja, weil wir können hochfahren. Jetzt. Na gut. Das wäre das der Fall. Ja. Du überlebst das hier nicht. Ich werde dich töten. Äh. Oh. Oh, er hat getupft. Warum? Das ist schon mal ein 10 und 7es Mal. Sehr gute Ankunft auf jeden Fall. Ja, da. Nein, besser als die Magana. Ja, zieh halt sonst. Was? Ach, danke. Jo. Ja. Das ist wirklich jetzt die ganze Scheiße. Ich bin jetzt die Scheine an. Ha, fällst du mich für so unbescheuert? Hinteressi! Na gut. Komm. Pfff. Das ist mir doch wohl. Ja. 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 Wie ist das? Ja. Wie ist das denn? Fertig? So Vielleicht mach ich mal die Ausschaltung Ja mach doch! Ja mach doch! Ja mach doch! Ah! Okay du! Okay! Komm mal! Hallo! Ja! Ich steh weiter Ich steh weiter Ich steh weiter Mast Checkpoint Ich steh weiter schnell Ja Scheint als würden Yastraps Leute die Explosion auf ein Gasleck zurückführen Das dürfte ihnen etwas Zeit verschaffen Stoßen sie in den Bürobereich vor und suchen sie einen Offizier namens Repco Sie brauchen ihn um auf das Archiv des Nachrichtendienstes zuzugreifen Verstanden Ja Ja Ich hab doch eine geupgradete MP5 Irgendetwas Mal weiter Da rechts oben Die Schalldämpfer Guck mal ob die geupgraden sind Wollen wir hierbleiben oder was? Ich habe gesagt bis zur Entwarnung kommt immer nur durch Und wenn es der verdaffte General persönlich ist Ja So wechseln Zwei Eins feuer Bitte Hier Zwei 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 Nee Da wird es doch nicht fertig durchgehen. Na, das weiß ich. Klasse, ich halte die Ausnahme. Jo. Achtung an alle! Dies ist ein Alarm der Stufe 1. Bleiben Sie auf Ihren Kosten und sichern Sie vertrauliche Unterlagen bis Entwarnung gegeben wird. Der Bereich wird zu diesem Zeitpunkt von Sicherheitsdienst durchsuchen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Ja. Ich dachte, ja. Wer ist hin? Fertig, Mann. Was soll denn? Das ist so blöd, ey. So. Ähm, zwei. Können wir beide aufhalten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah. Sie kommen. War auch nicht gut. Der Tisch wird gescheuert. Wer geht, ist es nicht? Nein, wer weiß. Ich weiß nicht. Wie soll ich welche? Das würde man da? Okay, mach das an! Ich hab das an! Ich hab das an! Ja, dann füllen das an! Ich hab das an! Ich hab das an! Willst du mich verarscht?! Okay, jetzt! Jetzt! Ich hab das an! Mach's mal! Ich hab das an! Ah! Ey, ey, ey! Na warte! So! Jetzt geht's aufschalten! Ich hab das an! Ich hab das an! Ihr beide seid nicht so schlau wie ihr glaubt! Moorak! Hast du seine Postkrube? Der Pida hat mich gekommen! Du sollst ihn jetzt rein! Magazine, ich weiß nicht! Los, erledige ihn! Das ist er! Das geht hier raus, ne? No! Oh. Was ist das denn? Ok. Nein. Irgendwann nicht Ihr haltet euch für schlau! Was? Ihr habt es mit Profis zu tun! Hier! So! Ja! Okay! Viele? Sind es noch viele hier? Du bist hier gar kein Schwarm mehr Das war sehr gut! Na, wir sind hier nicht so stark! Ähh, ich hab's geholfen! Ich kann nicht rufen, du stehst! Gut, das war so! Ah, die Wegs war versammelt! Wir gehen da nicht rein, das ist aber weg. So, Kamera. Ich glaube, die können uns da hinlaufen. Ähm. Ja. Wir gehen da nicht rein. Wo ein Ziel gehen. Glaubt ihr, wir marschieren da einfach rein? Ja. Natürlich. Vergesst es. Leute, wir bleiben hier. Da wir uns suchen. Wir wurden den wieder weg. Da ist er. Hab noch mehr. Ihr seid Idioten, wir spazieren doch nicht auf die Schlagbahn. So leicht führt man mich nicht hinters Licht. Ich hab ihn. Hey, kommt raus. Kommt, holt uns. Wir warten auf euch. Sei kein Dauer. Wir versuchen dich anzulocken. Mal Joka. Ein Hinterhalt. Was seid ihr in Chinchina? Pfff. Ihr beiden folgt uns. Dann müsst ihr schon kommen und uns holen. Einen hab ich. Oh, das ist nicht. Oh, das ist nicht. Scheiße. Nein. Glaube er ist da drüben noch. Scheiße. Da. Gefällt dir Darten. Alles klar. Löschen. Gut. Da mal weiter. Oh, Alter. Du sollst runtergehen nicht hoch. Mann. Ähm. Achso. hurtig. Das ist gar nix toll. Kommen Sie her, damit wir endlich durch die verdammte Tür kommen. Okay. Oh, sehr raum. Okay. Ein Feinlichter ausschalten, sonst sind wir die unten. Boah. Kannst du alles ausschalten. Ist auch seine Lampe da. Ja, in den Raum, wo wir rein müssen jetzt. Okay.